Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Auf diesem Kanal seht ihr immer aktuelle Bilder aus Siede, Kunkui und Efrensegi. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wir, die Auswanderer Türkei, wünschen allen Abonnenten und Zusehern einen schönen ersten Advent. Vor allem wünschen wir Gesundheit und dass eure Träume in Erfüllung sind. Wir sind heute hier in Siede am Strand und angeln. Natürlich haben wir da auch die Kamera dabei, um euch ein paar Eindrücke hier zu schildern. Die wenigsten von euch kennen Siede in dieser Jahreszeit. Wir haben heute 30 Grad. Es weht eine ordentliche Prise Wind. Aber trotzdem ist es hier angenehm. Zahlreiche Spaziergänger sind hier unterwegs in das Wimmelzoo von Anglern. Und das war's wieder in der Zwischenzeit. Wir haben hier aber noch einen Maschen mit einem Schiff mit Katzen gingen. Aber es scheint, dass wir jetzt nicht bald wieder遠 sind. Das ist das Schiff mit Eindrücke. Ich habe also einen girlfriendseren, aber dies ist die Kirche. Musik Ja, die Fische scheinen nicht zu beißen, aber trotzdem war es ein schöner Nachmittag hier am Strand. Ciao, sagen Eure Auswanderer aus Siedel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020